Hey Leute und damit willkommen zu einer kleinen Runde AboGames. Mit dabei ist hier der Ju und ich habe jetzt eine kleine Veränderung jetzt hier auf den Kanal gebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es merkt oder auch nicht und ich werde es euch natürlich nicht verraten. Okay, Digger, ich komme zu dir und fick dein Leben. Aber nein, ich glaube, es liegt wirklich am Server, dass ich manchmal nicht so viele Hits verteilen kann. Hey, du kleine Missgeburt! Ich bin ganz voll hypnotisiert. Von was denn? Nein, meine Mom kommt rein. Juu? Ja? Fick deine Mutter, du Hudensohn! Leid, du bist zurückgepackt, wie geil! Nein! Fuck! Ich nehme gerade apropos gerade mit Action auf, da Fraps irgendwie gewaltig bei mir leckt. Ja, du hast es mir wirklich empfohlen. Nein, du kommst jetzt her! Du scheiß Judensohn! Mann! Es ist nichts passiert. Hoffen wir mal. Und Leute, nicht wundern, wenn ich die ganze Zeit mein Gesicht vorm Pop-Schutz presse. Das mache ich immer, um eine tolle Audio-Qualität zu erzeugen. Das ist echt wunderschön. Oh nein, meine Mom kommt, glaube ich, wirklich rein. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Andere ist es noch ein KÖTG made. MAAAN! Ja!